hallo liebe freunde und willkommen beim digital folks es gibt mal wieder was neues in rocket league und zwar gibt es die season 6 belohnungen quasi und das ganze wollte ich mal mit euch teilen und euch mal zeigen und zwar ihr wisst was musst du dafür tun und zwar geht hier zum beispiel auf spielen bei mir seht ihr jetzt schon wenn ihr auf online spielen geht bei competitive ich habe mich jetzt für gold schon unten links komplett fertig eingerankt das ist wenn ihr quasi die spiele spielt und ihr seid dann in der liga ihr seht jetzt bei mir ich bin schon wieder auf silber runtergefallen und dann müsste noch diese null von 12 siege bei mir ich müsste jetzt vorrücken auf platin wenn ich jetzt noch mal in platin zwölf sieger ringen würde dann würde ich mich quasi für platin qualifizieren jetzt bin ich noch für gold qualifiziert und ich denke dabei wird es auch bleiben denn ihr seht ich bin schon auf silber wieder runtergefallen so was gibt es natürlich wieder zu gewinnen und da haben jetzt hier schon eine kleine info bekommen von rocket league und zwar dass es ab februar die neue saison geben wird die season 7 also die siebte saison und das sind die räder die man quasi bekommen kann also ihr seht es hier von bronze silber gold bis natürlich hin zu platin champion und grand champion ist natürlich schon cool ich werde jetzt wahrscheinlich die die goldräder bekommen natürlich und die silberne und die bronze ist natürlich so dass wenn ihr einen rang habt hier unten seht ihr es dass ihr die niedrigen räder dann quasi auch bekommen werden so was haltet ihr von den neuen rädern werde ich dir auf jeden fall drauf ziehen könnt mir sehr gerne schreiben für was ihr euch gerankt habt und ob ich schon darauf freut die räder zu erhalten schreibt mir was in die kommentare da würde ich mich super freuen haut auf jeden fall auf den like button falls ihr noch kein abo da gelassen habe ich natürlich super freuen wenn ihr meinen kanal ein bisschen unterstützen könntet und ein abo da lassen könntet ansonsten bis dahin euer digital folks